Meine Damen und Herren, schauen Sie bitte in Ihre Hosentaschen, in Ihre Handtaschen, in Ihre Geldbörsen. Nach irgendwelchen Gegenständen. Irgendetwas, was Sie heute mitgebracht haben. Halt es hoch! Sag aber nicht, was es ist. Genau, das werde ich für Sie tun. Ich bin mir sicher, das sind Tabletten. Ja. Und bitte, wenn Sie die doch mal nachziehen, müssten da noch vier Stück drin sein. Ja. Die laufen ab im Juli 2016. Vielen Dank! Danke! Ich bin mir sicher, dass Sie so einen Autoschlüssel nehmen. Ja, Sie fahren einen Ford. Stimmt das! Vielen Dank! Danke sehr! Du hast eine Ladegerät unter mir. Stimmt das! Ich will sagen, es ist von einem Eifel. Es fängt an mit einem Null. Danke sehr! Danke schön! Noch eine Fülle. Die Marke der Zigaretten. Die Marke ist... Marlboro! Halt die Marlboro! Ja, das stimmt! Sein Geburtstag! Am 22. Oktober! Genau! Still losии! tumor Bude! Sauber in Ritzverläufe.